herzlich willkommen zu einem neuen video in meinem channel und heute möchte ich ein stück spielen von john williams ein großartiger komponist und musiker und nachdem ja jetzt irgendwann mal in kürze in die kinos wieder der neue teil von jurassic world kommt dachte ich mir spiele mal ein stück aus jurassic park von john williams die komplette lektion das komplette circa ein stunden video tutorial mit allen registrations mit dem kompletten aufbau gibt es natürlich in meinem kurs 1000 tipps für fortgeschrittene keyboard und e-orgelspieler viel spaß jetzt beim anhören so 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 so